Der Film ist ungeheuerlich. Dieser Film ist ungeheuerlich, da gibt es nichts zu sagen. Ich bin schockiert. Ich bin einfach total schockiert, so ein Film, so ein Film, ich bin wirklich, also solche Filme, ich bin schockiert einfach, so etwas überhaupt sehen zu müssen. In meinem Alter überhaupt. Und das ist irgendwie Zumutung. Ich habe keine Angst gehabt, aber das ist Wahnsinn. Ich bin überwältigt von dem Film, ganz wunderbar. Das beste Werk, was Jörg Butkerath hier gemacht hat. Wirklich. Der neue Jörg Butkerath ist natürlich deswegen schon gut, weil es ein Jörg Butkerath ist. Ich bin kein Freund von Splatter-Movies, aber Jörg Butkerath ist im Kommen. Dieser Film war einfach umwerfen. Das innerste meiner selbst. Also gut, ich fand es ganz wunderbar, ganz hervorragend. Warte? Doch, ich fand es also ganz begeisternd, vor allen Dingen Dattery. Datterys Special Effects waren also wirklich großartig. Wirklich. 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 Wirklich.